Die Schäfer-Werke-Gruppe steht als Familienunternehmen mit über 1.100 Mitarbeitenden in diversifizierten Geschäftsbereichen seit 1937 für Kompetenz und Innovation in der Stahlverarbeitung. EMW als eines der größten Stahl-Service-Center Europas besitzt Werke in Neunkirchen und Treuen sowie OKS in Iserlohn. Unser oberstes Ziel ist es, die Ansprüche unserer Kunden schnell und in stets gleichbleibend hoher Qualität zu erfüllen. Dies können wir jederzeit garantieren, denn insgesamt verfügen wir über Lager- und Produktionsflächen von rund 85.000 Quadratmetern und einem permanenten Bestand von nahezu 300.000 Tonnen Feinblech. Für die vielfältigen Verwendungszwecke der Automobilindustrie bietet EMW das komplette Spektrum von Tiefziehgüten bis zu hochfesten Stählen. Darüber hinaus werden nahezu alle marktüblichen Standard- und Sondergüten in großer Bandbreite für die weiterverarbeitende Industrie angeboten. Tafelschnitte, Ronden und vor allem Spaltbänder aus verschiedenen Materialien in großem, breiten und stärken Portfolio liefert EMW an die weiterverarbeitende Industrie. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ihre Anforderungen zuverlässig, schnell und just in time bedienen können. Dazu arbeitet unser moderner Maschinenpark mit elf Spalt- und vier Querteilanlagen. Hinzu kommt eine leistungsstarke und zunehmend grüne Logistik. Für Qualitätsgarantien, Prozesssicherheit und Umweltschutz sorgen bei der EMW relevante ISO- und IATF-Zertifizierungen. Diese sichern wir unter anderem durch den Betrieb eines eigenen hochmodernen Prüf- und Kontrolllabors. Hier werden Materialtests, Messungen und Scans als Datenpakete automatisch und effizient in digitale Kundenkarten migriert. Unser Ziel ist es, Partnerschaften zu Kunden und Lieferanten auf- und auszubauen und diese langfristig zu pflegen. Wir hören zu, verstehen Bedürfnisse und bieten individuelle Lösungen für spezifische Anforderungen. Wir setzen alles auf Service, im persönlichen Gespräch, aber auch digital mit unserem Online-Portal yoursteel.de sowie durch Electronic Data Interchange, EDI. Branchenspezifischer Service, Beratung und Transportlogistik sind unsere großen Stärken. Eine Vielzahl unterschiedlicher Kunden setzt auf EMW Stahlservice. Von der gesamten Palette der stahlverarbeitenden Industrie, von A wie Automobilbranche bis Z wie Zagenbau, reicht dabei die Liste unserer Kunden und Partner. Und sie wächst stetig weiter. Effizienz und Verantwortung treiben uns an. Greensteel, Recycling, Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind integrale Bestandteile unserer Philosophie. EMA eng orientiert an geltenden internationalen Umweltnormen. Wir streben umweltfreundliche Produktionsverfahren an und optimieren kontinuierlich unsere Prozesse. Dies gilt auch für unsere Logistik. Wir setzen zunehmend auf Elektromobilität und verlagern Transporte zunehmend auf die Schiene. Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 ist unser Ziel. Dazu soll auch eine auf unserem Gelände geplante, über 11.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage beitragen. Der Weg zu echter Nachhaltigkeit ist lang. Doch die EMW ist bereits schnell unterwegs. EMW Stahlservice ist Ihr Partner für erstklassige Lösungen rund um Stahl. Weltweit, persönlich und digital. Zu jeder Zeit. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Projekte zum Erfolg führen. EMW Stahlservice Center. Stahlservice aus Leidenschaft.